was die sind ja viel schwerer als in den Jens der Koffer WC ach du scheiße ich baue der Späte in der Stadt und dann Prozent der Peter Marsch ich bin jetzt schon bauen im Bau das kommt da oben aber manche haben das Kupfer vergessen da ist so im das tun ich habe in der Stülsmelter die Probe mit viel Energie verbinde es mal bitte hier noch mit einem Kabel jep der kriegt aber keine Energie äh, weil ich hier schon mal hier, hier ist noch hab ich die Verbindung noch gehabt weil ich jetzt den erst mal voll lassen will was, welche Verbindung hast du gehabt? hier, nicht verbunden ach so, das musst du normalerweise verbinden ja ach so, ok ich hab immer noch den Coal-Generator behalten mal für irgendwas wird er noch zu benutzen sein boah, wir sind ja heute richtig produktiv aber richtig warte mal weißt du was, ich glaube ich pack, versuch's an für die Sterling-Engine hinterzupacken, dass sie einfach dann noch mehr Energie bekommt kann ich machen ne? kann ich machen muss aber erst mal irgendwie dahinter kommen mehr Kopper und was bräuchte ich da dafür? oh, scheiße oh, nein wenn ich mir jetzt klappt NEIN reichen, schließt sich da nicht an ha, jetzt brüch ich ein Lied und nicht nur noch klaus sie sind 4 das kommt jetzt in die mitte geht es nicht dass ich damit zusammen weil es zwei verschiedene Dingarten dann sind das sind jetzt vier der Beziehung muss in den Box bilden das wird alles wieder voll so brauchen wir irgendwas aus die Verbindung jetzt ja ja wir haben hier schon eine gute Energie oder warum wird überhaupt der industrial smelter nicht voll mit der energie weil ich das ganz schön ausgemacht habe weil ich hier gerade am rumprobieren bin jetzt wird er voll da oben wie hast du das jetzt gemacht hast du die verbindung nach oben geöffnet oder was nun ja konfiguriert wird so weiter auf und da auf müsste ich auch wieder energie bekommen oder ja tut er hat auch das fühlt sich aber scheiße schnell ha da auch hier wir sind wir sind gut jetzt brauchen wir nur noch zwei pulverreißer oder hat es gleich einfach noch mal oder warte mal oh scheiße aber ich habe kein kabel mehr doch ich habe noch kabel passt ähh es hat aufgehört und regnen mhm das kann da hoch das kann da hoch ich brauche holz ähh dann kannst du jetzt ach stimmt ich wollte jetzt nach lava farben gehen da du sooo vier flint habe ich glaube ich genau perfekt und dann wollen wir noch vier kupfer was würde ich durchfangen gehen genau und wie heißt das Ding hier? Redstone Furnace ja ums das Ding wird weniger Furnace aber mal ja noch weniger und was ist ein Electric Furnace? ja wotterfuck, warum hat das Ding nicht weniger? Paddy? ja was ist Electric Furnace? Electric Furnace? ja das ist nur was anderes oder? schätze das von Galacticraft das wird man wahrscheinlich dann dafür brauchen oder so um geht es um geht es neuerzeit wundervoll ja wo ist das Eisen in Paddy? hier war das so wenig? ja ja wie ultra viel Energie wir jetzt einfach schon haben und einfach machen können einfach wow hast du alles Eisen zu Blöcken gemacht oder? fast alles ja so 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 Erste, den Zombies, ne? Mhm. Irgendwo, jetzt in der Nähe ist eine perfekte Höhle. Ich glaube hier ist sie. AAH! Echt? Glaube ich nicht. ich habe es noch nicht ach pappel 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 die pappel auf jetzt geht er runter Aua was denn was sind Verzöckungen pappel die pappel wie bitte? pappel die pappel auf jeden fall ich brauche eher das herrliche Loch dafür und dann passt das zack 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 zock zack doch gefüllt blocksche noch was von diesen ein liebster Menschen kommen die Welt geben wir mal bitte oben drin oben Kiste Oh wir sind ein bisschen wenig Ach du Kacke